Was geht ab YouTube? Das ist ein neues Video von TheSlappets und heute mal wieder habe ich mir mal gedacht, dass... Hey, wer bist du? Serbien Boss! Hey, wie geht's? Hey, gut dir! Was geht ab YouTube? Das ist ein neues Video von TheSlappets und Serbien Boss. Und wir haben uns heute mal gedacht, ihr habt schon ein Video von unseren vorigen... Also... Ja, um die Wette trinken. Ja, halt dieses Video. Und wir machen das heute mal alles. Und wir haben uns mal überlegt, weil wir haben uns mal gedacht... Langweilig, oder? Ja, Mann. Und mit einer Flasche halt überhaupt... Also haben wir's mit zwei gemacht. Ja, machen wir. Also, machen wir. Halt die Fresse, das ist mein Video. Warum redest du? Wie denn was? Nein. Wir tun jetzt mal... Bitte. Hallo. Also... Sorry, dass wir... Gestört wurden, ja. Ja, halt. Sorry für die Unterbrechung gerade eben, weil jemand ist gerade gekommen und dies, das. Wir haben uns gedacht... Zwei Flaschen. Ja, und das alles auf Ex trinken. Und ja, also... Würden wir mal anfangen, lieber? Ne. Da, wo wir Videos grad nieder machen, ich hab's auch das Pfand in den Tisch vervollziehen. Ja, ich hab's auch das Pferd im Tisch. Okay, Leute. Egal, Leute. Egal, Leute. Egal, Leute. Egal, Leute. So, Serbenbos, bist du bereit? Ja, immer. Immer. Egal, immer. Egal. Egal. Lass erstmal aufmachen, ne? Okay. Okay. Letztens hat er gewonnen. Ja, und jetzt sehen wir weggewinnen. Komm, komm. Check'em out, hoor. 3, 4, 4, 4. Sat. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. Ja, er hat gewonnen, Patsche. Oh mein Gott, Digga. So Freunde, es sieht gerade keiner Gang gegen mich gewinnen. Warte, ich muss was haben. Hallo, Gerda. Die Bestrafung kommt noch, die Bestrafung. Die heißt es, gehen auf seine Nacken. Nächstes Mal gehen die auf deinen Nacken. Ja, letztens habe ich Pizza und so gezahlt. Die Bestrafung würde ich mal sagen, was sagt ihr Leute? Wenn ich beim nächsten Mal mit Balcamilo eine Challenge wieder mache, was soll... Ja, ich habe meinen Namen geändert. Hi, Serbien. Okay, ich bin dran gewinnen, Balcamilo zu sagen, aber halt. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, Challenges, nicht nur Trink-Challenges, sondern auch Essen-Challenge, dann schreibt unter die Kommentare, was wollt ihr sehen? Dölner, Pizza, sogar Eis, wenn ihr wollt. Ja, aber ich glaube, beim Essen wenn ich gewinnen wollt. Wie isst du? Okay, die Bestrafung kommt jetzt. Und beim nächsten Mal, welche Bestrafung sollen wir bitte machen? Schreibt es einfach in die Kommentare.